Servusle meine lieben und herzlich willkommen zurück zu seven days to buy weil ich einen an der waffel habe ein waffel brötchen du jasmin was was treiben wir denn heute wieder für ein unfug wir haben ja letztes mal ein dach gebaut eigentlich wollen wir looten ja ich weiß auch nicht was ist es denn abends was ist langweilig aber ich mag nicht arms gerne losgehen gut aber ich gibt noch meine quest ab weil ich ja 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 also ich gebe die schon mal ab dann gucke ich mal was der händler vielleicht noch hat schreieren links ich hoffe sie sieht mich nicht sie kommt direkt auf dich zu auf mich ja ich habe sie ich habe sie nicht okay sie ist nach links geflogen auf zum guten händler rec mal gucken was der gute rec alle so für uns hat obwohl ich habe gar nichts mit zum verkaufen ich gebe nur die quest ab wo ist schon mal eine neue und je nachdem wie dicht dran ist werde ich mir das ganze mal anschauen war wir sind tot und daneben sind ja haufenweise fotos also sind die alle tot oder was das hätte ich jetzt aber nicht erwartet jasmin was für eine kehrtwende ja dann können wir ja eigentlich in zukünftiger zukunft ein bisschen bauen aber wir haben halt immer noch so wenig material bräuchten halt noch einiges an stein leben da haben wir auch nicht genug von ne lehm brauchst aber viel bei flasser stein und so da wirst du viel wieder los habe ich glaube was haben wir denn im keller wir müssen da bestimmt 24.000 leben haben oder soweit naja aber du brauchst wie gesagt du brauchst das für alles also ich habe mein fahrrad schluss vergessen ich stecke das mal ein damit es nicht geklaut wird ich trau der gegend hier nicht oh jetzt hat er hunger der gute oh jetzt mal verdammt sport hier über die barke springen seriös lirik da bin ich wieder mit meine quest also zur auswahl hätte ich jetzt machete bauplan für strukturelle klammermord stahlbeinschienen stahl schaufel high power 9 mm munition 50 stück die nehme ich mit so und dann gucken wir mal was hat da denn in der nähe vorigen stufe vielleicht was dichter dran abholen säubern 182 meter das machen wir doch so wo muss ich hin da vorne gleich das kriegen wir doch noch vor anbruch der dämmerung rein oder so jetzt habe ich auf jeden fall erstmal mein gewächshaus von unten ein bisschen mit cement gemacht also könnten die da jetzt praktisch gar nicht mehr so schnell reinkommen das ist ein größeres gebäude ist es das nein das ist dahinter ich sollte mal ein bisschen ausdauer sparen weil ich habe ja immer noch einen gebrochenen knochen ja so ein krasser typ bin ich knochen gebrochen hält mich nicht auf ich gehe einfach weiter ja munition verschwendung das war wichtig der guter als stein könnt ja vorher hier noch mal zum briefkasten gucken ob meine mauer schaffe ich nicht einmal rum meinst du meinst du vor anbruch der dunkelheit oder zum blutmund schon aber dunkelheit grund ausbildung zum feuerwehrmann band drei geschwindigkeit im kampf gegen feuer zehn sekunden erhöhe mit dieser methode deine angriffsgeschwindigkeit mit ächsen um fünf prozent das habe ich schon mal gelernt wie stehst du eigentlich zu stramm feuerwehrmännern habe ich dir schon erzählt dass ich jetzt eine feuerwehrmann ausbildung hinter mir habe cool ja ich habe schon den dritten teil gelernt aber falls du an feuerwehrmännern interessiert bist ich bin dein mann kannst du nicht viel machen ja man nimmt was man kriegen kann ja ich wollte nur einmal zu abendbrot essen jetzt werde ich dem idioten nicht mehr los wirst du wohl junge dame ich habe einen freund leg dich zu deiner genau tritt deine frau mit füßen so was haben wir hier noch eine kühlbox mit dem dicken chamois sandwich so ich habe noch mal ein bisschen leben jetzt bin ich schon bei 48 müllfleisch hier ist auch nix also ich finde meine bude ganz gut dafür dass das fast alles alleine gemacht ja ist nicht schlecht dafür dass du das gemacht hast ja fast habe ich gesagt extra okay da oben ist noch müll wenn das einer da oben versteckt muss doch was gutes drin sein oder kleber ich habe gesagt äh wo scheppert denn hier einer gegen scherbort 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 mit so papier wichtig für schrotflinten munition die wir sowieso nie herstellen ja mir war auch so ein bisschen hier wäre was gewesen äh ich bin nur ein loch aha so level up aber geil moin jungs hat die party schon angefangen rave der schrank ist leer entschuldigung jasmin ich musste gerade ein bisschen eskalieren weil die party so geil ist ja heute ist dickes fußballspiel wir sind bei jürgen im keller jürgen einen richtig großen flatscreen nebenbei können wir ein bisschen biller zocken während wir unseren jack daniels und whisky und bourbon so richtig in uns rein scheppern ja ich kenne mir schon mal einen schluck trübes wasser war ich hier schon dran ne ne ah gürbis irgendwer klopft hier irgendwer will mit zur party muss ich säubere vorräte vorräte muss ich aussuchen aber erstmal säubern oder you home sweet home sweet home Alabama ah gammelfleisch ja du bist keine gefahr für mich eine frau das wäre eine gefahr für mich ob ich meine schraube zwinge ich bringe mir noch ein paar messingheizkörper mit ne wenn ich schon mal hier bin ich geh nochmal im keller gucken ob ich da einen übersehen hab da hab ich jetzt nämlich noch gar nicht drauf geachtet hast du mich gehört ne du warst eben weg du bist schon wieder weg du bist weg ah jetzt höre ich dich ja du der zeigt mir noch an 7 days to die jetzt und ich hab dich grad gefragt was du gesagt hast und dann hast du mir gar nicht okay also irgendwie haben wir dezente internetprobleme oder ja heuer echt was sagst du dazu R2D2 ich versteh ich hallo ja ah ich bin mir absolut nicht sicher ob sie jetzt mitberedet ne ich seh auch äh ich seh auch dein dein emblem nicht normalerweise hallo ja hallo äh hörst du dich doch hallo oh da müsstest du eine Ecke müsstest du da nochmal machen ja das kann ich tun oben bei mir dann oh nö wo ist die denn die wo denn der klopft von draußen an das war auch knapp eigentlich voll blöd den hätte ich mit dem Knüppel schlagen können äh die schon wieder bei dir irgendwo drin hm kein Tool Stitches Stitches äh South Sun Farming äh wann kann ich denn endlich mal Samen herstellen die schon wieder bei dir irgendwo oder ich weiß nicht ich hab doch gehört dass du schnell wirst ich bin so beeindruckt hör auf lass das das mag ich nicht wird geschrien einer kommt da ich hab Glück glaube ich oh Entschuldigung Sir ich wusste nicht dass sie auf dem Pott sitzen darf ich mal hinter ihnen da ans Glöchen dankeschön bin schon wieder weg hallo ja die waren da im Holz an meinem Holz an deinem gebauten an dem vorne was äh und wo die Treppe ist da ja ne ja genau das was du angefangen hast ja ok ja gut das ist nicht so schlimm aber zukünftig natürlich gut zu wissen ne ja äh und so sind wir wieder unten angekommen ach so siehst du ich wollte doch hier noch so jetzt jetzt muss ich erstmal gucken wo ist denn hier diese ähm komische Plunderkiste hier ist noch so ein Versteck muffiger Rucksack jetzt gehst du mir aber auf den Zwirn runter von meiner Veranda aber sofort mein Freund danke so weiter geht's wo ist die Tasche äh da also oben was für ne Tasche äh ich muss hier Vorräte abholen und äh die suche ich gerade also nicht gerade oder schief ja ja ne ne die suche ich nicht krumm die suche ich gerade boah ich brauch Blei und Messing hm sechs Meter entfernt hä ist die draußen 2,9 Meter Ah, und dann Oh Das hab ich nicht gesehen Ah, herrlich So, was macht die Post? Ich hoffe keine Rechnung Who's ditches? Oh, wie viele brauche ich jetzt noch? Ich gucke auf mein Bild Oh, ich hab elf Punkte Wann ist denn das passiert? Was war da denn los? Was war da denn los? Äh, ich brauch immer noch 14 Bücher Oh Hm Geschlösser Ingenieur Arzt Hast du Arzt gelevelt? Weißt du das? Was? Hm Wie bitte? Hast du den Arzt gelernt? Äh, weiß ich gar nicht Ja, ich glaube Okay, ich bin jetzt Robotik-Experte Okay Dann bin ich auch Auf Strom bin ich auch noch gegangen Blitzhände Maschinengewehrschütze Raufbold Alter, ich höre dich fast gar nicht Das ist nicht schlimm Ich quatsche nur Blödsinn So, dann haben wir die Points auch investiert Also 14 Bücher brauche ich noch von dem Quatsch Melodramatisch wie er singt Wer singt denn? Äh, der Zombie Der hat singt? Ja, der hat gesungen Wunderschön Wie in einer Oper Was singt der denn? Ähm Das hohe A Svenja Svenja Ich brauche nur noch 13 Toolstitches Bücher Damit ich endlich diesen verflixten Erdbohrer bauen kann Wenn es ihn denn wirklich gibt Ich könnte ja mal zu dieser anderen Händlerin hinfahren Aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen Vor Ladenschluss, ne? Was ist denn eigentlich, wenn ich mein Fahrrad Beim Händler drinnen stehen lasse Und der macht zu? Sperrt der mein Fahrrad ein Oder schmeißt der das mit raus? Keine Ahnung Was? Der will mich schon wieder rausschmeißen Ich soll mal Kram nehmen und was ich haben will Ja, ist für den nach 8 Der ist aber auch immer, ne? Äh, Stur 3 ab Der beleidigt mich in der Natur Was ist los mit Hat du irgendwelche Äh, ne Quatsch, das hab ich ja schon Äh Er weiß, wer du bist Was? Nerdige Brille Äh, Brustpanzer 6 Ich weiß gar nicht, was ich jetzt drauf hab Das will Das ist doof Du hast gefragt Und Die kann ich auch verkaufen Und dann kommt die da runter Ja, gerne doch Gerne doch Ich hab nur ein Stufe 2 Brustpanzer Oh, der wird verändert Äh, die Farbe kommt wieder raus Und die Mod auch Ähm Ja, nehmen wir doch mal Stufe 6, wa? Kann wir auch rot machen Aber Ach ja Eine Taschenmod pro Klamotte Äh Kann man so ne Hose auch verändern Außer Oh ja, klar Natürlich nicht Ähm Ja, Schmin Hm Warte mal Das zieht er ja automatisch an Äh Ich verkauf jetzt noch Was hast denn du für ne Rüstung Hast du Stufe 2 oder besser Brustpanzer Ah, dann muss ich mal eben gucken 5 5 5 5 Ja, 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 ja Ich hab dich gehört Ich wollte mal gucken Ob ich eben missgebaut hab Ähm Dann kann ich Das und das Nämlich verkaufen Das würde reichen Ja, erstmal nen schönen Jucka Smoothie Jucka Safter So, was haben wir denn Als Fertigungspaket bekommen Wir haben Wirring Zweimal Wir haben die Karre zweimal Und wir haben Tech Plane Aber kein Toolstitch ist So, wollen wir noch Stein abbauen Ich weiß nicht Musst du Ja, ich weiß Also ich baue auch Wenn's wieder hell ist Fein ab Der Stein kannst du auch Hm? Ja Ich find halt Bei der Version Ist es Müssten wir viel Mehr abbauen Wie bei der anderen Ich find man ist hier Nur am abbauen Und herstellen Und machen Ich glaube Das täuscht Ein bisschen Meinst du? Ja, ich glaub schon Guck mal, wir haben ja Letztes Mal Ähm, da bist du ja losgegangen Hast mal eben so Eine Stunde Bäume geschlagen Hm Und dann warst du mal eben Eineinhalb Stunden Stein abbauen Absolut monoton Ja, aber musst du halt, ne Wie man ja jetzt auch wieder sieht Ja, du kannst halt sonst nicht bauen Das ist halt das Ärgerliche, ne Ah Weil du kommst nicht So vorwärts Und kannst nicht das machen Was du gerne machen würdest Oder gern hättest Genau Und dieses Zeitschriften Suchen Das nervt halt auch ein bisschen Weil wenn du es nur leveln müsstest Damit du es bauen kannst Ähm Naja, viel einfacher, ne Gut, weiß nicht, Fräulein So durch die Zeitschriften alleine Schon zieht sich das voll in die Länge Weil du bist ja aufs Muten angewiesen Du musst die Quest machen Äh, nebenbei willst du noch Ressourcen abbauen Und irgendwo willst du auch deine Basis Blutmund sicher haben, ne Und schön Hauptsache schön Beautiful like me So Mein Fahrrad kann ich auch demnächst wieder heile machen Schön Ich bin in der Mauer tiefer, deswegen Gehe ich noch ein höher hier? Ja, auch schon wieder so ein Urwald, ne Doch, ich gehe hier noch höher Ich hau hier mal ein paar Bäume weg Ja, und Stein komm ich ja nicht drumrum Den muss ich ja, ob ich will oder nicht Was denn? So Aber ich kann ja gleich schon mal Zement herstellen Und ich wollte mir noch was einfallen lassen Wegen meiner Klingenfalle, dass ich die reparieren kann Aber ich weiß noch nicht was Wenn ich den Weg da halt breiter mache, komme ich da auch nicht ran Was ich machen könnte, wäre ein zusätzlicher Weg Ich habe gerade mir den Baum um die Ohren gehauen Oh, das tut mir so leid Das wollte ich natürlich nicht, Jasmin So So So, besser Das gefällt mir besser Ja Höher Meinst du, die gehen an die Mauer, wo es tiefer ist Oder die kleiner ist dann als erstes? Oh Gott Das kann ich dir so gar nicht sagen Aber du bist hier vorne an der Mauer eh noch offen, ne? Wo? Bist du? Achso, ich habe deine Einladung noch gar nicht angenommen Ich bin jetzt hier in deiner Zwischenwand Warte Hey, wo bin ich denn offen? Oh, hallo Wo denn? Hier Hä, da war doch zu Nee, hier ist offen Hä, haben die mir das da kaputt gemacht? Ich weiß nicht Warte Hä, das war doch zu Hä? Oder hast du mir... Nee Nee, ich war... Das war ich nicht Ich würde dich niemals trollen, Jasmin So, hier hat sie gegengehauen An die Blöcke Nee, hinten Hinten? Da, wo du gebaut hast Das Holz Die Blöcke da hinten Ja Das da hinten Oh Das ist aber nicht cool Ja, eben hast du was an zu tun Äh, ja Ja, ich dachte da vorne Oh Oh Ja Also das Hätte jetzt nach hinten losgehen können Oh, warte mal Ähm Gibt es eigentlich eine Bauform Die ausschaut wie So ein Halbes Dreieck will ich nicht sagen Aber ein halbes Dreieck Äh Ich glaube Ja 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 Und das passt Ähm Das wird hier toll Äh Nee Äh Nee Das schaut ja furchtbar aus Äh, warte mal Den müssen wir nochmal unterteilen Da brauchen wir so einen halben Der Äh, so Äh, was soll das Was denn Der hat den eben nicht so gemacht, wie ich das wollte Äh, warte mal, ich mach nochmal 15 Baublöcke, Jasmin Oh, guck dir das an Oh, guck dir das an Äh, was soll das Äh Hä Irgendwie gefällt mir das aber hier noch nicht so, ey Weil es hier so offen ist alles So Äh, ich stell mal eben ein bisschen Zement her Dann muss ich den Pfeiler Schon mal betonieren, würde ich sagen Aber ich glaube, ich hab kein Beton Äh Oh So Wie sieht denn das aus hier in meinen guten Kisten Absolut traurig Äh, dann machen wir erst mal Zement Irgendwie gefällt mir das nicht, dass das hier so auf ist Magst du das nicht? Mhm Entspricht das nicht deinem Gedanken? Nee Die Mauer ist schön und gut, aber hier ist so offen Mein Gewächshaus, hier kommen ja die Vögel voll schnell rein, wenn die kommen Siehst du? Ja, ja, das kann ich nachvollziehen Und wenn ich so Gitter auf der Mauer noch machen würde? Auf der Mauer, auf der Oh, ich kann ja Ja, stimmt, ja Oh, das hab ich auch noch Was denn? Elektrozaunpfosten Hm Und Wasserfelder, aber ich weiß noch nicht genau wohin Das soll ja nicht doof aussehen am Ende, ne? Da, 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 da Jo, jo, jo Die Elektrozaunpfosten wären natürlich hier hinten genial Weil Aber wenn wir die da drinnen setzen würden Genau in der Ecke Aber dann kriege ich die wahrscheinlich nicht ver... Doch Dann wäre jeder, der hier vorne ist, auf jeden Fall gestunnt Aber das ist mir nicht... Das ist mir zu dicht dran, ehrlich gesagt Ich hätte das lieber hier Aber dann kann ich die wieder nicht reparieren, ne? Naja Wir schauen mal, was wird, ne? Wer besucht meine Burg? Ah ja So gehe sie von dannen Oh nein Oh, sie hat zwei Zwillingsschwestern Das wusste ich nicht Absolut professionell Er fällt schon runter, bevor er überhaupt oben ist Ja, könnt ihr euch nicht entscheiden? Ja, Moment Bitteschön Willst du mich nicht mal um deine Schwester kümmern? Die sieht aus, als ob die gleich verblutet Ich? Ne, sie Die sieht gar nicht gut aus Hängt da so alt runter über die Kante Oh, es kommt noch einer Wo denn? Das ist ja ein Ding Der kam da aber gut rüber Irgendwie stört mich das Ah Ja Hast du, äh, bist du schon am Munition machen? Ich hab ja nix Was hat sie denn da für ein Problem? Die zuckt noch, guck mal Äh, bei mir hat die nicht gezuckt So, bei mir steht die da und zuckt Die steht? Ja Oh, ich guck mal von deiner Warte aus Ne Doch, steht nix Jetzt ist sie weg Jetzt ist sie weg Auha Einfach verschwunden Hier ist die Ecke gefällt mir Ne, ey Ich bin nicht irgendwie kacke hier Wo denn? Ähm, hattest du Besuch vorbestellt? Wo ist sie denn? Hier Hallo Hast sie? Ja Aber sie hat ja schon geschrien eigentlich, ne? Die hat doch zwei Schreier Ja, weil sie so hier angerannt kam Wie so ne Hammerkranke Hab ich gedacht, die hat schon geschrien Warte mal, ich schieb hier nochmal ein Messing rein Ja, wir brauchen Blei und Messing, ey Messing ist fast alle Bisschen mehr im Blei jetzt, ja Gut, ich mach mal meine Täschchen leer, ne? So, hier haben wir noch Die Mods müssen wir auch irgendwann mal sortieren So, Blei und Messing sagt sie Jetzt weiß ich nicht, was ich hatte Ähm, naja Da haben wir ja nichts gesehen, ne? Das ist, äh Jo, äh, Jasmin Was kann ich dir denn noch cooles tun? Gibt's da noch was? Blei und Messing Ja, Messing schmilzt sich gerade ein Na, ich hab hier nochmal ein bisschen essen Ich mach schon mal 82 Patronenhülsen So, dann kommt Tiste rein Da ist Jasmin dran, ey So Oh Unser Gammelfleisch ist voll Oh Was sagt man dazu? Kann man damit nochmal machen? Ach, den Penner eintopfen, ne? Mit Gammelfleisch? Ja Wir brauchen halt Wasser Wir brauchen halt Wasser Das ist das Problem Wir brauchen Wasser Du machst ganz viele Eintöpfe mit Wasser Du musst mal, äh Kannst du Antibiotika machen? Nur aus Shemway? Ne, ne? Weiß ich nicht, muss ich gucken Halscher Nitrat Ja, hier sind auch noch Patronenhülsen und Kugeln, ne? Und Schießpulver Ne, kann ich ihn noch nicht machen In der Munitionskiste Ich brauch Hülsen Schießpulver hab ich genug Ja, hier sind 22 drinne Ja, ich brauch, äh Die Geschossspitze Die sind auch drinne Ja, aber Weiß ich halt nicht Geschossspitze Ist da irgendwo einer? Ne So Ich guck mal eben, was mein Beton macht Damit ich da unten schon mal aufwerten kann Wo ist eigentlich meine Nagelschusspistole? Hä? Hä? Ah Sieh mal einer an So, das nehmen wir mit Holz sollte reichen Stein haben wir ein bisschen was Auf Tasche Da Wieso Schauen die Tons ein? Ähm Messing Ach, wir machen so viel Quest da Scheiß auf die Tons Wir brauchen das Shitstorm in 3, 2, 1 Hättest du nix gesagt Wirst du gar nicht aufgefallen Ich hab das richtig unauffällig Ähm Ah Genau Kaschiert Indem ich laut gefiffen habe Ah ja Ja, ja Das hat keiner Das hat der natürlich Ja Beim Pfeifen konnte das keiner mehr sehen So So Habe ich jetzt hier keinen Ton mehr Keinen Spielton? Also Ah, jetzt Doch Ich hatte noch nicht Zementklatschen hier Ich geh gleich nochmal Haben wir noch die Ähm Ähm Äh Die Schokolade die du essen kannst Damit effektiver Minen abbaus Äh Stein abbaus und so Äh Weiß ich nicht Ich hab die nicht genommen Hm Angenommen Ah Ah Da ist ja ein halber Absatz Ne Das würde nicht aussehen Ich werde hier bestimmt nochmal ein bisschen was ändern Hinten an dem Gewächsdings Auf jeden Fall Ja Wie gefällt mir das hier Mit der Lücke nicht Ja Ich muss das bei mir Mit dem Pfeiler Mit dem Pfeiler auch erstmal So lassen Weil ich nicht genau weiß Wie ich den Äh Verändern will Oh ich hab keine Ich will ja so hart Ich will es ja so haben Dass die Vögel hier nicht so schnell rankommen Weißt du Ja Wenn hier offen ist Wenn hier offen ist Kommen die ja voll schnell ran hier Und vielleicht Ich hab überlegt Gitter links und rechts An der Mauer oben Damit ich nicht runterfalle Wenn ich da mal langlaufe Oh Jasmin Gewitter Ist halt die Frage Ob das Sinn macht Naja Sinn schon Vielleicht Weil Äh Ich hab keine Ahnung Wie ich da arbeite Weil dann falle ich halt nicht runter Wenn ich da mal langlaufe Weißt du Da ist was dran Ja und dann ist auch alles zu Halt Ich könnte jetzt weiter anzeichnen Und eigentlich würde ich auch lieber Erst wieder Stein abbauen Wenn ich den Erdbohrer habe Aber Ich komm nicht weiter Wenn es hell ist Gehe ich auf jeden Fall los Ich würde gern das Was ich schon gebaut hab Zumindest schon mal auf Beton aufwerten Achso Die Schokolade Wollte ich gucken So Hier ist immer noch keine Leiter Muss ich hier wieder Oh Danke Danke dafür Hey du hast das oberste Leiter Äh Stück hast du getarnt Nee das war außer sehen Das wollte ich eigentlich gar nicht Damit ich nicht sehe Dass ich da auch hochkomme Ne Ja ja Ich hab dich durchschaut Jasmin Hast gedacht Du wirst mich los Aber ich werde für immer hierbleiben Aber ich will das ja noch anders machen Eigentlich Oder du musst mir halt helfen Kann das doch immer nicht so gut Äh Was willst du denn genau anders machen? Ähm Warte 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 Ich will vorher noch schnell gucken Ob wir diese Schokolade haben Äh Nö Sieht schlecht aus Glaub nicht Was stellst du dir denn vor? Können das ja mal architektronisch durchgehen Mhm Dass ich hier zu hab Ja Also hier ne Okay Und dann so rüber geht die ganze Mauer Und hier auch Gitter Äh Und dann hier Meinst du jetzt oben drüber Oder hier als Geländer Ja Dass du hier lang gehen kommst Ja oder nur so ein Aber ich Nee Nicht Alles Hier kein Vogel reinkommt Und das hier dachte ich Damit man denn noch hochkommt Einmal nach außen bisschen Und wie so ein Käfig drumrum Um die Leiter hier Also du willst ein Käfig nach unten So Also nur die Leiter halt ne Ja Aber das hier zu ist Ja Du möchtest hier zu haben Über der Leiter Ja nur hier oben Ja ja Über der Leiter genau Ja 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 Hier zu haben Über der Leiter zu haben Dass du in einer Art Reuse da hoch gehst Und was möchtest du hier an der Mauer haben? Ja ja das will ich Vielleicht auch einmal Machen alles Oben und unten Links rechts Also unten nicht Aber links rechts oben Links rechts oben Achso du willst hier so ein Tunnel haben Ja genau Also Genau Okay Ich will das ja alles zu haben Weißt du Und dass ich dabei Dann trotzdem auf der Mauer lang gehen kann Und gucken kann wo die sind Ja Okay I got you bro Und andere Seite auch ne Dann Ich hab hier auch aufgemacht Damit ich auch auf der Mauer gucken kann Ich hätte dir auch Mein Material geben können Ja alles gut Ich wollte nur mal eben Schauen Genau Und dann oben zu Weil wie gesagt Wegen den Vögeln Ich weiß Es ist nur ein Spiel Aber ich fühle mich wohler Wenn das Wie echt zu ist Ey Jasmin Wenn du noch einmal sagst Es ist nur ein Spiel Ich weiß nicht Ich find das irgendwie besser Wenn wirklich alles zu ist Nee ist ja richtig Ja Bin ich irgendwie gemütlicher Was Den Kopf stoß ich mir da aber auch ein bisschen nach Aber nicht doll Ja so weit runter muss das gar nicht Der hier kann weg hier unten Der? Ja das So reicht das Okay Nimm Nimm Die anderen Die beiden kannst du auch noch nehmen Also nur so ja Ja Von da wird ja wohl kein Vogel drunter Und wenn dann ist es so Aber Das So reicht das Oh mein Oh mein Oh mein So mein Baumaterial ist alle Das war's denn mit Seven Days Hier mein Holz Äh Holz hab ich auch Achso Er wird jetzt mein Traum oder nicht Nee Pass auf Guck mal Ja Ja siehste Nee Nee Oh die ist überhaupt falsch So Ähm es kommt Besuch ne Wo denn Vor der Seite oder hier um die Ecke Ich seh nix wegen meinem blauen Kältekreis Ah da hinten An der Straße ist die Bude Hier sind wir Jetzt hat sie geschrien Nein Nee Aber hier unten muss auch zu ne Ja Ja Warte So Brauchst du noch mehr Hilfe als den Anfang Das nicht alleine Nee Ich frage Deswegen frage ich ja nur Oh das ist ja jetzt Äh Was denn Ist der Der ist gleich ausgerichtet Ähm Warte ich Achso Er nur hier gegen Ne Muss der nicht von hier Sondern nur dagegen Den anderen gegen Ach nicht Nee so nicht Ja ja Ich kann das nämlich überhaupt nicht Ey So ja Ja genau Das muss nicht hier vorne Das Oder Wenn dann kann ich das immer noch selber machen Aber ich kann das große hier immer nicht Jetzt geht der hier nicht hin Weil Geh mal weg Geh weg Geh Kusch Ich geh rein Der kann da nicht hin Weil die Blöcke von oben nach unten gucken Fragezeichen Ja Das heißt die müssen auch andersrum So Ähm Genau die haben nach unten geguckt Und die müssten So sein Ne So Eigentlich wollte ich das hier gar nicht machen Ich wollte eigentlich Stein abbauen Ups Ups Da So Den da Da Wird auch da ein Schuh draus So Hops Officer Hops Jasmin Officer Hops Okay Hops Wie du Ähm So 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 Ne Ist das okay Wenn ich dir erstmal nur die eine Seite mache Damit ich Stein abbauen kann Damit ich nebenbei Zähnen herstellen kann Ist ja die lange Seite Die du machst ne Äh Naja Das Ding hier zur Ecke Ne Ja So Wie weit habe ich noch Nicht dass ich rückwärts runterfalle Dann verstauche ich mir noch den Fuß Wie geht das oben drauf Warte Geht gleich Da muss ne Ecke hin So Jetzt kopiere ich einmal die Ausrichtung von dem Äh Äh So Hallo Das ist ja echt diesen Millimeter ne Auf den Millimeter genau So Äh Und hier kommt jetzt einmal Aber du kriegst hier kriegst du Rundstäbe Da kann man auch viel besser durchgucken Hätten wir überall machen sollen Ja Ich find die besser Ja Da ist mehr Platz zum Schießen Ja Und man kann besser gucken Weiß ja egal Die kommen ja eh meistens von der Seite Oder da hinten da So Egal Ist das so erstmal genehm Hm Gut Denn verabschiede ich mich nämlich für heute Wir sehen uns morgen wieder Schaltet sehr gerne wieder ein Hau rein Hau rein Hau rein D Untertitelung des ZDF, 2020